Musik Wir kommen zurück zum zweiten Teil unserer Exkursion durch das mathematische Werk René Descartes. Heute soll es um Descartes' grafische Lösung für kubische und quartische Gleichungen gehen. Ich werde seine Herangehensweise etwas anachronistisch, aber dafür umso natürlicher für die gegenwärtige mathematische Praxis und Notation darstellen. Die Systematik, das Ziel der grafischen Methode, kann wie folgt motiviert werden. Betrachten wir zunächst einmal quadratische Gleichungen, etwa x²-6x-8 und das soll 0 sein, denn wäre dies auf der niedrigsten Abstraktionsstufe grafisch zu interpretieren als die Aufforderung, die Schnittstellen zwischen einer Parabel und einer Geraden, nämlich y gleich 0 zu finden. Eine andere Interpretation wäre, dass der Schnitt eine Normalparabel mit einer Gerade der Steigung 6 und Verschiebungskonstante minus 8 gesucht ist. Hier sind die Lösungen wie im linken Bild ebenfalls 2 und 4. Bei diesen trivialen Zerlegungen sind wir die Parabel noch nicht losgeworden. Man könnte aber argumentieren, dass die rechte Interpretation grafisch eleganter ist, weil sie das Problem in den Schnitt zweier einfacherer Gebilde, namentlich eine Normalparabel und eine Gerade zerlegt, statt eine allgemeine Parabel mit einer Geraden zu betrachten. Da in der Schule insbesondere Parabelschablonen verwendet werden, könnte eben die rechte Seite auch leichter gezeichnet werden, da so eine Gerade mit Geodreieck recht einfach in ein Koordinatensystem zu zeichnen ist und eine Normalparabel in den Ursprung eben mit diesem Hilfsmittel auch leicht zu realisieren ist. Die allgemeinere Frage, die man sich dann bei höhergradigen Gleichungen stellt, ist die folgende. Kann man die Lösung einer Gleichung möglichst einfach durch den Schnitt zweier gut verstandener Kurven darstellen, die man überdies auch mit eventuell Hilfsmitteln einfach zeichnen kann? Schauen wir uns, bevor wir zur quartischen und kubischen Gleichung gehen, eine nicht-triviale Zerlegung der quadratischen Gleichung in einen Schnitt von Kreis und Gerade an. Wenn wir x² plus bx plus c betrachten, also mit Leitkoeffizient gleich 1, was durch Division durch a eben immer erreicht werden kann, und bringen wir das c mit minus c auf die rechte Seite und addieren auf beiden Seiten b halbe ins Quadrat, das tun wir, um eine quadratische Ergänzung durchzuführen, da der linke Ausdruck nun gerade als x plus b halbe ins Quadrat geschrieben werden kann, während der rechte nach Erweiterung gerade b² minus 4c ist. Nun lässt sich minus 4c schreiben als die Differenz zweier Binome, nämlich c minus 1 ins Quadrat minus c plus 1 ins Quadrat. Das sind dann jeweils die gemischten Terme minus 2c, die nach dem Kürzen übrig bleiben und sich zu minus 4c summieren. Dieser Schritt ist nun zugegebenermaßen nicht sehr natürlich. Wir haben das gemacht, weil wir langfristig auf eine Kreisgleichung hinarbeiten. Bringt man nun nämlich das c plus 1 ins Quadrat durch 4 auf die linke Seite, hält man diesen Ausdruck, der nun, wenn man hier die Kreisgleichung sehen will, umgeschrieben werden kann zu folgendem Ausdruck. Das r² steht jetzt kurz für b² plus c minus 1 ins Quadrat durch 4 und statt eines y im zweiten Quadrat können wir hier aber nur eine 0 schreiben, ansonsten würden wir den Ausdruck wirklich verändern. Das ist aber nicht schlimm, denn diese Gleichung kann man nun wunderbar interpretieren als den Schnitt eines Kreises mit der geraden y gleich 0. Im Koordinatensystem ist das die Abzisse. Dieser Kreis wird nach Thomas Carlyle auch Carlyle-Kreis genannt. Wenn man sich nochmal vergegenwärtigt, dass r² gerade b² plus c minus 1 ins Quadrat durch 4 ist, wird man durch kurzes Nachrechnen einsehen, dass zwei Punkte auf diesem Kreis sehr leicht angegeben werden können. Das ist einmal der Punkt 0,1 und einmal minus bc. Um das zu verifizieren, kann man das Video hier gerne kurz anhalten. Das führt dann zu folgendem grafischen Lösungsverfahren. Angenommen, wir haben eine quadratische Gleichung vorliegen, sagen wir x² minus 6x plus 8 ist gleich 0. Im ersten Schritt nimmt man die beiden Punkte 0,1 und minus bc, die immer auf dem Kreis liegen, und zeichnet diese in ein kathesisches Koordinatensystem. Das ist also hier 0,1 und der Punkt 6,8. Im zweiten Schritt verbindet man ab und betrachtet den Mittelpunkt m dieser Strecke. Nun holt man seinen Zirkel raus, sticht in m ein und zieht einen Kreis mit Radius am bzw. bm. m ist ja der Mittelpunkt der Strecke ab, sodass diese beiden Längen gleich sind. Wir haben auf der Folie zuvor gesehen, dass die Lösung gerade der Schnitt dieses Kreises mit y gleich 0, also der Gerade der Abzisse ist, was hier die Lösungen 2 und 4 ergibt. Gut, kommen wir nach dieser Motivation also zur grafischen Lösung der quadrischen Gleichung von René Descartes. Diese werden wir zerlegen in einen Schnitt einer Parabel und eines Kreises. Tatsächlich werden diese Rechnungen, und das würde man wohl nicht erwarten, mehr straightforward sein. Zu Descartes Zeiten war bekannt, dass man eine allgemeine quadrische Gleichung der Form x hoch 4 plus bx hoch 3 plus cx² plus dx plus e über die lineare Transformation x minus b durch 4 in eine reduzierte Form der Gestalt x hoch 4 plus px² plus qx plus r transformieren kann, also so, dass der kubische Term gerade rausfällt. Gesucht sind nun also die Nullstellen dieser Gleichung. Wir werden gleich bei der ersten Umformung wieder eine sogenannte nahehafte Null ergänzen, schaffen also aus dem Nichts, und zwar wie folgt. Wir addieren nun einmal x² und ziehen es gleich wieder ab. Dann hätten wir da auf der linken Seite stehen px² plus x² minus x², also haben wir insgesamt nichts verändert. Faktorisiert man dann, erhält man p minus 1x² plus x². Wenn man das wieder ausmultipliziert, steht dort eben px² minus x² plus x², also eigentlich nur px², sodass insgesamt nichts verändert wurde. Außerdem habe ich das eher auf die rechte Seite gebracht. Nun substituieren wir y als x² und erhalten diesen Ausdruck, wobei ich das x² rechts bewusst nicht durch y getauscht habe, da wir langfristig ja auf eine Kreisgleichung hinarbeiten. Nun schauen wir uns erstmal den blau unterstrichenen Anteil an. Wir werden für diesen nun eine quadratische Ergänzung vornehmen, das heißt wir addieren einmal mit q halbe ins Quadrat und ziehen es gleich wieder ab, sodass insgesamt nichts verändert wurde. Nun erkennen wir bei den ersten drei Termen die Struktur einer binomischen Formel und erhalten diesen Ausdruck. Analog betrachten wir nun den grün unterstrichenen Anteil und werden wieder das Quadrat ergänzen. Dafür betrachten wir p minus 1, halbieren diese Größe und quadrieren, addieren diese einmal und ziehen sie wieder ab. Dann sind die ersten drei Terme wieder eine binomische Formel und den Rest schreiben wir auch brav dazu. Das kommt einer Kreisgleichung dann doch schon recht nahe. Ersetzt man nun den grünen und den blauen Ausdruck durch jeweils die orangenen Umformungen, bringt die beiden Reste auf die rechte Seite, erhält man zuletzt folgende Gleichung. Statt der Pluszeichen könnte man hier wieder ein doppeltes Minus nehmen, aber das lasse ich hier mal so stehen. Nun dürfen wir unsere Setzung mit y ist x² nicht vergessen und können dann dieses entstehende Gleichungssystem wieder als einen Schnittzweiherkurven, hier eines Kreises und der Normalparabel betrachten. Schauen wir uns auch hier ein Beispiel an. Gegeben sei die bereits reduzierte quartische Gleichung x hoch 4 plus 15x² plus 10x plus 24 gleich 0. Hier ist also in unserer Terminologie p gleich minus 15, q gleich 10 und r gleich 24. Die Kreisgleichung der vorherigen Folie habe ich hier nochmal aufgezählt. Setzt man nun die Größen ein, erhält man einen Kreis mit Mittelpunkt minus 5, 8 und Radius Wurzel 65, also etwas mehr als 8. Nun schneiden wir diesen Descartes-Kreis mit der Normalparabel und eine solche Parabelschablone benutzt man ja auch in der Schule, wie das rechts dargestellt ist. Die x-Stellen der Schnittpunkte sind nun jetzt jeweils die Nullstellen unserer quartischen Gleichung. Der Graph der quartischen Gleichung sei nochmal hier eingeblendet. Es sind also wirklich minus 1, 2, 3 und minus 4 die gesuchten Lösungen. Über dieses Verfahren lassen sich auch die Lösungen für kubische Gleichungen grafisch ermitteln. Betrachtet man die reduzierte kubische Gleichung x hoch 3 plus px plus q gleich 0, so kann das Problem gelöst werden, indem wir auf den quartischen Fall zurückgehen. Multipliziert man nämlich diese Gleichung mit x und ignoriert im Anschluss die triviale Lösung x gleich 0, so erhält man x hoch 4 plus px² plus qx gleich 0. Als Beispiel gelte hier die kubische Gleichung x hoch 3 minus 7x plus 6 gleich 0. Wir multiplizieren also mit x und erhalten x hoch 4 minus 7x² plus 6x gleich 0, wobei dann in unserer Terminologie p gleich minus 7, q gleich 6 und r gleich 0 ist. Der Descartes-Kreis lautet dann y minus 4 ins Quadrat plus x plus 3 ins Quadrat und das ist 25 und das ist ein Kreis mit Mittelpunkt minus 3, 4 und Radius 5. Das kann man also alles leicht in ein Koordinatensystem zeichnen. Holt man nun noch seine Parabelschablone aus der Mottenkiste und zeichnet die Normalparabel im Ursprung ein, sind die Schnittstellen wieder die Lösung, abgesehen eben von der 0, die wir dazu geschummelt haben. Hier sind die Lösungen also 1, 2 und minus 3 und das gibt auch das Bild der kubischen unten links wieder. Nun stellt sich die Frage, geht das auf Vergleichungen höheren Grades, zum Beispiel Grad 5 oder 6? Hier ist ja bekannt, dass es keine geschlossenen Wurzelausdrücke mehr gibt. Die Antwort ist, ja aber, es wird auf jeden Fall schwieriger. Quintische und sechstische Gleichungen können auf den Schnitt eines speziell konstruierten Kreises, eines Descartes-Kreises und einer kathesischen Parabel, die rechts eingeblendet ist, zurückgeführt werden. Das sieht dann ungefähr so wie hier aus. Das erfordert aber etwas mehr Konzentration und Mühe. Wenn aber Interesse besteht, das genauer zu untersuchen, kann das gerne in den Kommentaren zu Protokoll gebracht werden. Dann werde ich es in Zukunft nochmal genauer bearbeiten. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video war anregend und wünsche noch einen angenehmen Tag. in dem oder条 geht esk Не infinitely viel mehr similarity?